Hallo, ich bin der Gamedaman und begrüße euch auf Cloudplay Retro. Heute geht es im sechsten Teil von Resident Evil Directors Cut weiter. Und wir wollten uns ja die Symbole holen und schauen, ob wir da vielleicht schon was an der Tür machen können. Die Hunde sind mal beim letzten Mal ja losgeworden, da kommen wir also relativ gut hin. Und wir könnten nochmal bei dem Rätsel mit bei diesem Rabenraum gucken. Das mit den Bildern. So, aber erstmal müssen wir uns eine Kiste schnappen und ein bisschen Zeug holen. Glücklicherweise können wir uns ja jetzt schon ganz gut im Haus bewegen. Wir haben ja schon recht viel gesäubert, ne? So, und hier haben wir gleich die Kiste. Dich gibt es noch. Und dich da hinten gibt es noch. Ach, du bist ja auch noch da. Bist du alles gut? Willst du es, mich zu behandeln? Hm, nö. Ich glaube, ich bin ziemlich voll. Ja, okay. Brauchen wir nicht. Danke aber. So. Da fällt mir ein. Mir geht es gut, aber wir hatten ja einen anderen gefunden, den es nicht so gut ist. Da ging es auch nochmal weiter. Das könnten wir auch nochmal hin. Genau, das Windwappen. Gold Emblem. Ne. Das konnte man da, glaube ich, nicht einsetzen. Wir gucken mal an den Windwappen. Ach, das sind gar nicht zwei, aber wir hatten ja nur eins. Ist ja blöd. Ach, stimmt. In den einen Raum könnten wir das Wappen ja nicht mitnehmen. Das müsste man auch nochmal abholen. Wo war denn der Raum verflucht? Oh ja, finde ich noch. Tschü. Na, gucken wir erstmal zu den Raben. Ne, falsche Seite. Ich glaube, der andere Raum war oben. Hätte ich mir vielleicht mal merken sollen. Mist. Egal. 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 So, hier können wir ja jetzt ordentlich lang. Das ist schon mal schön. Ich glaube, um mal geradeaus, dann müsste man eigentlich zu den Römen kommen. Ja, hier ging es raus. Das war, äh, ja, ja, genau. Müsste da raus sein, glaube ich. Ah, tu schon mal noch. Komm mal her, ja, ja. Ne. Danke. Äh, ja, wir können was bei da hin. Wobei, da konnte man dieses Symbol einsetzen. Aber ich glaube nicht, dass mit einem was machbar ist. So. Wie viel haben wir denn gebraucht? Ich glaube, drei oder vier? Vier, glaube ich, ne? Vier. Okay. Na ja, genau. Und Sterne lagen, glaube ich, noch. Noch da. Nutzenlos? Ah, okay. Gut. Okay, da wird noch nichts passieren. Wir müssen uns nicht irgendwo in die richtige Stelle. Das macht er automatisch. Okay. Na gut, dann brauchen wir noch drei. Eins wissen wir noch, wo es ist. Naja, den Rest findet man dann, denke ich mal, auch noch. So, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen gucken. Obwohl. So, ist ja ganz gut. So, ich hoffe, dass die Raben nicht wieder angreifen. Ne, die sind wieder resettet. Okay, hat glaube ich letztes Mal schon gut. Okay. Das Bild trägt den Titel. Von der Wiege zum Grab. Okay. Ein müder Mann, mittleren Alter. Okay. Von der Wiege zum Grab. Also, okay. Okay, mittlerer Alter. So, wo noch mit? Neugeborenes. Okay, wahrscheinlich ist das das Erste. Seitdem, es gibt noch mal irgendwas hier. Vorderzeugung. Junger Mann. Ne. Kleinkind. Okay. Das ist ja Nummer zwei, denke ich mal. Was haben wir hier? Lebhaften Junge. Okay. Tippen wir mal auf drei, Junge. Verwegen aussehender Alter. Also, ein Neugeborenes Nummer eins. Vorher auch hier. Ja, das wollen wir. Genau, und das ganz hinten war, wenn wir das gedrückt haben, dann sind die Raben losgeflogen. Das wird... Äh, ne. Kleinkind, genau. So, wir sollen mal ein bisschen gucken. Nur mal. Das hier war Junge, ne? Ja, genau. Dann gab es noch Junger Mann, Mittlerer Alter und Alter Mann. Also, machen wir jetzt Junger Mann. Mittleres Alter war ja hinten, glaube ich. Okay. Ein müder Mann, Mittleren Alter und... ...ein Verwegen aussehender oder für ein... ...alter Mann. Also, letzter Aufbäume, oder was? So, okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Das Ende des Lebens, ja, ne? Da ist er gestorben, ne? Ah, das hat doch geklappt. Ah, was haben wir da? Ah, Sterne. Was hat man denn das? Letztlich dachte, da waren irgendwo hier Sterne oder sowas. Naja, gut. Okay, Nummer zwei. Das können wir gleich mal wieder reinbringen. Das ist ja gut, liebe Musik. Hallo. Hallo. So, ja, wir nutzen dich. Sterne, was gab es denn da noch? Die Sonne, Westen, Mond, also Sonne und Mond. Ja, dann war es eine Sonde, was für ein Bittesmarter lag, ne? Wo war denn das? Oben, glaube ich, oder so, ne? Da bin ich, ein Idiot. Geh weg. Ja, ist ja gut. So. Ja, das hat ein bisschen Energie gekostet, Mist. Na gut. Passiert. Manchmal ist das blöd mit der Kamera, ne? Aber das ist ein typisches Ding, gehört ja dazu. Und wir haben ja noch ein bisschen grünes Kraut. Müssen wir eigentlich auch mal alles zusammensuchen. Na ja, gut. Wir sehen uns. Das war's. Was war eigentlich daneben an? Moment. Ach, da kam ich nicht hin und nicht rein, ne? Das war... Nee. Das muss oben gewesen sein. Okay. So, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, welche Tür es war, aber das fällt mal raus. Ich glaube, hier war's nicht. Was war denn hier? Ah, warte mal. Hier war doch der Bereich, wo der... genau, wo der rumlag, ne? Da gab's aber auch nix weiter, oder? Nee. Da ging's auch weiter, ne? Na, guck mal nachher mal hin. So. Und wir sollten bei Gelegenheit mal ein bisschen Lebensenergie und sowas mitnehmen. So, du da. Was war eigentlich da hinten? Ach doch, hier war's, glaube ich, ne? Genau, so. Das konnten wir wegen Mangel an Inventar nicht mitnehmen. Was war's? Das war eine Sonne. Keine Sterne, sondern eine Sonne drauf. Na gut. Gut, es fehlt noch eins, also ist jetzt Quark da zurück. Wie viel haben wir denn? Inventar, zweimal Inventarplatz, okay. Was war da hinten? Weiß ich gar nicht mehr. Ach, da bin ich hier. Na ja, ist ja gut. Dann können wir hier mal ein bisschen Lebensenergie und sowas mitnehmen. So. Dann können wir schon mal ein bisschen anfangen hier. Ein grünes Kraut. So. Gut, heilen müssen wir uns hier nicht. So. Wir wollen das. Das können wir jetzt mal hier reinlegen. So, ja. Wo wir haben wir im letzten Mal nicht gespeichert, weil da habe ich die Playstation-Funktion benutzt. Wir haben also schon eine ganze Weile nicht gespeichert. Da können wir nicht speichern, weil wir kein Farbband haben. Okay. Das werden wir mal machen. Wie viel ist denn das andere? Zwei? Ja. Er haben wir ja genug für die Nacht. So. Wir haben jetzt ein neues Rätsel gelöst und so. Ach, ich hatte doch in der Halle gespeichert. Egal. Okay. 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 Wir haben jetzt mal ein paar Kreuzchen mit. Die könnte man eigentlich schon mal mixen. Wie machen wir das? Äh, ich glaube das und das. Ich glaube, die haben rot und grün haben eigentlich glaube ich noch mal relativ viel Energie gegeben. Na, probieren wir mal. So, dann nehmen wir mal eins mit. Auf einem Schwarz-Inventar. Ich glaube nur grün war ein bisschen und rot und grün war... war, ähm, viel. Also eine große Heilung. So. Ja, wo doch mal das Wort? Ach, der falsche Raum. Ach, Mist. So. Ne, dann müssen wir wieder weiter. Quatsch, wir mussten nach oben. Äh, ein alter Mann in sein Gedächtnis, ey. So, zeig mal her hier. Oh, man war's doch. Oh ja. So. 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 Genau, da kann man mich von hier. So, soll mal gucken. Von der anderen Seite. Orientierung ist das halbe Leben, ne? So, genau. Ja, 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 ich bin schneller. Edge. So, jetzt können wir ja noch einmal das Grüne da mitnehmen. Oh, das war zweimal grün. Okay. Ja. So. Weil langsam kommen wir aus dem Haus raus. Und, ähm, da können wir schon mal alles, was ja auch mit rumliegt, auch mitnehmen. So. Ging's nicht hier irgendwo nach oben lang? Ne. Okay. Weil sonst müssen wir später durchs ganze Haus rennen und alles einsammeln. Und so nehmen wir jetzt erstmal dann runden alles mit. Genau. Hier ging's noch oben. Ach, da war der Zombie. Äh. Den hatte ich ganz vergessen. Na, gehen wir hier durch. Fest verschlossen. Ein Schild. Ist zwar klar. Danke. Hehe. tschü so das ist auch so, indem man eigentlich umhauen sollte naja, egal, beim nächsten Mal so, wo machen wir denn hier? hm ja, nehme ich mit, 40 Schuss sehr gut eine Kerze ah, hier können wir das Feuerzeug vielleicht nochmal gebrauchen sieht mir auch so aus, es wäre da irgendwas davor kann man das schieben? ne doch na, komm ich ja nicht rein hä? doch bin ich denn hier? ja, es ist zu dunkel, klar ok, hier brauchen wir ein Feuerzeug nochmal das habe ich natürlich in die Kiste gepackt so, aber egal da kann man nochmal hin so, 40 Schuss ja dich lege ich mal um weil du hast echt blöde Positionen ehrlich gesagt oh ja, wohl ach komm oh manche ist das mit der Kamera echt doof nochmal so, jetzt da ist die Blutlage jetzt ja, da hat relativ viel Muni gekostet aber wir haben ja auch ein bisschen was ok so, damit können wir hier aber relativ easy langlaufen so, das heißt wir brauchen eine Kürze quatsch nicht eine Kerze ein Feuerzeug so 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 Das war's. Das war's. Das war's. Und neben dafür... Wo ist es denn? Feuerzeug, das nehmen wir mit. So. Oh, ne. Wie viel haben wir jetzt noch? Ein Inventarplatz. Das ist nicht so viel. So, und auf wieder zurück. Ach, Quatsch, der Seite. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So. Weil so viel mehr... Können wir jetzt auch nicht mehr machen. Gut, wir könnten dann höchstens nochmal auf die Karte gucken. Mal irgendwo... Was vergessen haben, ne. Das war's. 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 Ach man jedes Mal. Warum bin ich hier nicht zur Kiste gerannt? Ach, verflucht! Ja, sorry. Mein Orientierungssinn, ey. Ah, ich bin wieder falsch. Aber das war die, das war die falsche Tür. Welche Tür war das? Und dann war das ja die hier? Ach, das war die erste, ich gehe kaputt. So. Jetzt war ich jetzt der Zombie hier weg. So. Hallo, liebe Kerze. Ja, dann nimm doch mal die Kerze. Hm, okay. Na gut, vielleicht. Komm, eigentlich von so rum aufschieben? Nö. Doch. Wahrscheinlich reicht der Katzenschein von da schon aus. Mal gucken. Ja, ist auf jeden Fall heller. Gucken wir mal. Oh ne, Munition. Mehr nicht. Shit. Ja, jetzt muss man in der Tat mal gucken, was man denn überall noch machen könnte. Da hinten. Ja, die andere Seite. Da ist relativ hier offen. Also, was man nicht hier besucht hat. Hier ist eigentlich nur die eine Tür. Tada. Rötige Folge. Irren im Herrenhaus. Juhu. Die ist aber verschlossen. Wir waren doch fest verschlossen. Sonst wäre ich da lang und nicht wieder zurück. Schau. Hm. Okay, da hätten wir eins, wo wir da lang... Hm, okay. So, da hinten war noch was, ne? Ja. Wir bringen erstmal das Feuerzeug wieder weg. Also ein bisschen Platzprobleme und Munition. Naja. Ja, schade. Ich dachte, du bringst uns weiter. Ein Inventarplatz. Munition. Naja. Ne. Ich denke, wir werden die Munition mal hier lassen. Sonst müssen wir gleich wieder zurück rennen. Und wir haben ja noch... Munition über. Super. So. Gucken wir mal auf die Zeit. Ja. Ich würde sagen, wir machen für heute Schluss. War eigentlich trotzdem ein ganz guter Part. Sorry, dass ich ein bisschen rumgeirrt bin. Beim nächsten Mal schauen wir mal, ob wir noch die letzten Räume hier irgendwie abklappern. Und gucken, wo es weitergeht. Leider ging es ja jetzt mit dem Feuerzeug nicht weiter. Aber immerhin haben wir das Rätsel gelöst mit den... mit den... ähm... Gemälden. Und... ähm... haben schon mal die Hälfte der... ähm... sind das eigentlich... Ja, der Runen da eingesetzt, ne? Schauen wir mal, ob wir den Rest noch finden. Jo. Einer ist ja noch in der Kiste fällt mir gerade an. Ja, ist egal. Auf jeden Fall, ähm... hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GameDeman. Und tschüss.